Herzlich Willkommen! Hier ist User Paul mit dem Thema YouTube-Videos mittels VLC-Mediaplayer abspielen. Die YouTube-Videos kann man sich nicht nur auf der YouTube-Webseite anschauen, sondern das geht auch mit diversen anderen Videoplayern. Voraussetzung dafür ist, dass die Videoplayer installiert sind und natürlich, dass die notwendigen Audio- und Videokodex auf dem System bereitstehen. Und ein Beispiel möchte ich einmal mit dem VLC-Mediaplayer zeigen und ein Beispiel mit dem Gnome-Video-Standard-Player. Und zwar geht man wie folgt vor. Man öffnet das Video auf YouTube, das man sich anschauen möchte, kopiert sich die URL, URL kopieren oder man macht einen Rechtsklick auf das Video und dann Linkadresse kopieren, anklicken. Dann startet man den Videoplayer zum Beispiel hier mittels Menü, Multimedia und VLC-Mediaplayer. Geht ins Menü Medien, klickt auf den Eintrag Netzwerk-Stream öffnen und fügt dann dort die URL ein. Und abschließend klickt man auf den Button Wiedergabe und dann geht es los. Oder als zweites Beispiel nun benutze ich hier den Gnome-Videoplayer. Dazu klicke ich auf Menü, Multimedia und Videos. Und hier gebe ich die URL mittels Film Ort öffnen ein. Einfügen und abschließend auf den Button Öffnen klicken. Das geht genauso auch in der Kommandozeile. Dazu gibt man ein VLC für den VLC-Mediaplayer. Leerzeichen und dann fügt man einfach die URL ein und Enter. Und mittels Gnome-Standard Videoplayer geht das wie folgt. Man gibt ein Totem, Leerzeichen und dann folgt die YouTube-URL zu dem Video, das man sich anschauen möchte. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück! Blütsang und Blütsang Untertitelung des ZDF, 2020